der Fall ist in der Wüste wieder Priefer die Zubiema das Heide und sagt herzlich kommen zu einem weiteren kommentare heute mal wieder ihr seht im Hintergrund ja bisschen Hive Gameplays die ich so bisschen er spielt aber so zwei Runden auch müssen sein die ich persönlich gar nicht mal allzu schlecht fand ja das war auf jeden Fall und sind auf jeden Fall noch bis ein Ende der Gameplays die ich noch mit meiner alten Maus aufgenommen habe ja nur mal so ähm und ja ich möchte auf jeden Fall erstmal bedanken für den Support unter dem letzten Video das Video kam echt eigentlich recht gut an obwohl es obwohl die Runden nicht also gut waren aber trotzdem ich bedanke auf jeden Fall dass da doch einige Kommentare und ihre Meinung dazu gesagt haben denn eben zum Beispiel einige haben recht geschrieben ja es wäre cool wenn du einfach bisschen gute Gameplays ähm jeweils machst und dazu ja wie ein Thema ansprichst und ja das möchte ich auch heute tun denn ich habe heute gestreamt und heute auch auf Hive gespielt und ja ich habe jetzt seit heute zwei Wins auf Hive denn ich habe einfach so eine Runde gespielt und äh einfach gewonnen ja also ähm ich hätte natürlich auch diese Runde ans Gameplays nehmen können möchte aber nicht weil die Qualität vom Livestream ist halt bei mir einfach ähm nicht so gut weil ich einfach eine 16k Reisung habe und deshalb möchte ich euch nichts vom Livestream hier hochladen weil einfach die Qualität auf Youtube meiner Meinung nach höher sein sollte als auf Twitch weil wie gesagt ich kann die Qualität ähm so gut höher machen auf Twitch aber dann halt nicht mehr 60 FPS drin und deshalb ähm ja ist das so gut jedenfalls ich möchte heute wie gesagt einen Kommentar machen und immer noch so ein bisschen was ansprechen und zwar das Thema Ping denn viele Leute äh wissen eigentlich mal was ein Ping ist Ping ist äh die Geschwindigkeit oder die ähm ja diese die Zeit halt die ein Server braucht um äh dir zu antworten sozusagen ähm es gibt auch eine ganz genaue Definition dazu noch auf Wikipedia aber ich bin ja nicht Wikipedia sondern ich möchte euch einfach ähm alles was ich euch jetzt hier erzähle das ist von meinem eigenen Wissen also was ich hier erzähle das ist äh das was ich weiss es heisst nicht dass das was ich erzähle stimmt das äh ist ganz wichtig ähm aber ich versuche es um eine gute durch zu erkennen also so einfach wie möglich könnte man gerne widersprechen es kann natürlich sein dass nicht ganz alles richtig ist aber ja gut das Thema Ping ist am Start und heute ganz am Anfang natürlich auch äh zu sagen PvP ist nicht gleich Ping versus Ping oder sowas na PvP heißt immer noch Player versus Player ähm aber trotzdem ähm es heisst nicht unbedingt dass man im PvP besser ist wenn man einen besseren Ping hat man muss natürlich ein Ping-Player sein und dann auch wissen wie man seinen Ping ausnutzen kann wie zum Beispiel in diesem Kommentar hier oder in diesem Gameplay Hintergrund hat er auch gesehen ein Typ da mit dem FNS der mich zuerst angezündet hat der hat auch einen natürlich guten Ping und hat den wahrscheinlich auch ausgenutzt so ein bisschen gegen mich sonst hätte ich ihn schon früher töten können aber ja jedenfalls wie entsteht ein Ping oder wie könnt ihr euren Ping verbessern das äh interessieren sich wahrscheinlich viele ähm ja ihr wisst wahrscheinlich auch oder Leute die es vielleicht schon mal gesehen haben in meinem Speedtest ich habe ein äh Bild von meinem Speedtest wahrscheinlich mein Internet ist äh in meiner Twitch Beschreibung und ja zwar steht mein Ping ist 11 Millisekunden in der Schweiz ja weil ich bin in der Schweiz das wisst ihr ja mein Ping in der Schweiz ist 11 Millisekunden zu einem Schweizer Server theoretisch und ähm ja das ist halt ähm die Sache zum deutschen Server auf Gomme habe ich dann zum Beispiel einen 20er Ping ähm und warum ist das so? Theoretisch könnte ich zu Gomme auch einen 11er Ping haben ähm warum ist das nicht so? ganz einfach weil in meinem Internet natürlich auch noch andere Leute sind wie jetzt eben zum Beispiel mein Vater oder mein Bruder die sind fast dauerhaft irgendwie mit dem Handy im Internet oder im WLAN drin halt das beeinflusst den Ping schon mal ähm aber ja gut erstmal muss ich euch erzählen auch damit ihr das versteht wie entsteht ein Ping? also ein Ping entsteht ähm dadurch dass ich halt eine Verbindung zum Internet habe das ist logisch ähm und ja diese Verbindung zum Internet die wird hergestellt durch eure Internetverbindung ja okay gut ähm hört sich jetzt eher nicht sinnlos an was ich erzähle aber es ist wirklich so und diese Internetverbindung die kommt halt von eurer Internetleitung her und diese Internetleitung die kommt von einem sogenannten Switch und dieser Switch der geht dann dann zum welchen Internetanbieter äh Internetanbieter oder der gehört halt dem Internetanbieter so ähm gut und äh ja dieser Switch je nachdem wie weit weg dieser Switch von eurem Haus ist ähm je nachdem verändert sich auch der Ping oder nachdem verhält sich auch der Ping ich zum Beispiel weiss dass mein Switch oder der Switch von unserem Internetanbieter nämlich Sunrise der ist ungefähr 300 bis 400 Meter so von unserem Haus entfernt also gar nicht mal allzu weit das heisst ähm ich hab da doch einen relativ guten Ping ja und dieses ähm jetzt fallen sich vielleicht einige eher mundi aber woher weiss man wo der Switch ist und äh was ist denn ein Switch und so weiter also Switch ist im Grundsatz einfach ähm der Teil oder das Teil was dafür verantwortlich ist dass die Internetleitung ähm vom Internetanbieter zu euch ins Haus kommt und in eurem PC rein und so weiter also sozusagen ein Verteilerzentrum und ähm ja so ist es halt und je nachdem wenn man weit von diesem Switch weg wohnt dann ist der Ping natürlich höher weil man die Verbindung dann theoretisch ähm länger aufbauen muss weil es weiter ähm ist um dahin zu kommen das ist ähm dass es halt zu beachten gibt das heisst wenn ihr weit von diesem Switch weg wohnt dann habt ihr natürlich auch äh einen schlechten Ping jetzt ist aber die Frage natürlich die sagen alle Leute ja aber ich habe eine 100k Leitung und ich habe äh einen 50er Ping oder so und du multi du hast eine 16k Leitung und du hast einen 11er Ping warum ja eben weil du mit einer 100k Leitung wahrscheinlich viel viel weiter weg wohnst von diesem Switch es kann natürlich auch sein dass Leute mit einer ähm 100k Leitung zum Beispiel weiter weg wohnen von mir aber trotzdem ähm also weiter weg wohnen vom Switch an sich aber trotzdem einen besseren Ping haben und das und jetzt gerade auch wieder bei der Sache man sagt ja auch ja je schneller der Internet ist desto schneller ist ein Ping das stimmt eigentlich nicht weil je schneller der Internet ist desto schneller kommst du einfach zum Switch natürlich auch aber ganz in erster Linie entscheidend ist halt der Abstand vom Switch und eben der ist bei mir etwa so 300 Meter Luftlinie so geschätzt und das ist dann einfach ein Haus das steht da ähm ich weiß nicht genau wo das steht da und sonst könnte man nicht wieder rausfinden äh wo ich wohne ähm ja steht halt da und das steht halt angeschrieben und Swisscom glaube ich und eben Sanos und so weiter sind auch noch da drin ähm ja darum geht es halt ja und eben wenn man zum Beispiel eine 100k Leitung hat dann ist die Verbindung natürlich viel viel schneller das heißt man ist in viel viel kürzer Zeit bei diesem Switch ähm bei mir mit meiner 16k Leitung das heißt würde jemand mit einer 100k Leitung direkt neben mir wohnen hätte der sehr wahrscheinlich den gleichen äh nicht den gleichen Ping sondern sogar noch einen besseren Ping einfach weil er schneller ist beim Switch als ich mit 100 äh mit 16k gut ist das verständlich ich habe ein paar Versprechen gemacht habe ich sorry aber soll ungefähr verständlich sein was ich damit sagen will gut dann gibt es natürlich auch Dinge die den Ping beeinflussen können beispielsweise ist das ähm der äh wie heisst das beispielsweise ähm euer Download und eure Uploadgeschwindigkeit zum Beispiel ähm eine normale Internet-Eignung oder eine höherkömmliche Internet-Eignung sage ich jetzt mal hat meistens mehr Downloadgeschwindigkeit als Uploadgeschwindigkeit deshalb ähm wird natürlich der Ping auch weniger beeinflusst wenn er etwas runterlädt als wenn er etwas hochlädt weil wenn er etwas runterlädt dann wird meistens nicht der ganze Speed ähm davon äh genutzt allerdings wenn man etwas hochlädt schon das heisst also bei mir ist es ungefähr so wenn ich etwas runterlade dann äh geht mein Ping von 20 auf ca. 40 hoch aber wenn ich etwas hochlade dann geht mein Ping manchmal über 1000 hoch und das einfach weil ich halt viel viel weniger Upload habe ans Download und das heisst ähm deshalb wird der Ping dadurch auch über beeinflusst weil dadurch ähm ja man muss ja beim Ping wenn man etwas anpingt muss er immer Daten senden und dann muss er halt warten bis der Server wieder antwortet und diese Zeit ist halt der Ping also ja wenn ihr zum Beispiel auf den gommoservers.ping eingebt dann sendet ihr ein gewisses Datenpaket das sind einige wenige Bytes wahrscheinlich an den Server und der Server sendet die halt wieder zurück und diese Zeit wird halt gemessen und dadurch dann berechnet wie euer Ping ist ja so entsteht der Ping das ist der Ping wir können eigentlich nicht zahlen und ja vielleicht noch so ein Tipp ähm wie kann man den Ping verbessern oder einfach so weil ich hatte früher ja so ein 25er Ping und ich hab den mittlerweile so auf 16 runtergekriegt auf dem gommoser und ja eigentlich ist das ganz einfach versucht einfach euer Internetleitung so wenig zu belasten und so wenig Verbindungen wie möglich offen zu haben das heisst ähm ähm seite nicht mit dem Handy im WLAN drin wenn ihr irgendwie SG zocken wollt oder so oder wo er den guten Ping braucht und wenn ihr wirklich einen guten Ping haben wollt dann müsst ihr einfach dafür sorgen dass so wenig Leute wie möglich im Internet sind oder im gleichen Internet halt und das ist alles nicht beeinflussen oder gut darauf dass ihr Skype zum Beispiel nicht offen habt währenddem ihr streamt das mache ich zum Beispiel immer weil Skype zieht auch recht viel im Internet oder Zeit nicht im TS und sowas also das TS zieht relativ wenig ähm Ping und Skype auch aber es beeinflusst es gibt trotzdem so ein zwei bis drei vier Millisekunden die das noch beeinflussen kann ähm ja das ist so ein Tipp von mir na gut mir ging eigentlich zahlen dazu ist wie gesagt ähm ich hoffe es ist gut erklärt falls es noch Ergänzungen gibt oder falls irgendwie ihr nicht gleicher Meinung seid ihr dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben wie gesagt das war so ein kleines Kommentar wo ich einfach über das Thema Ping mal reden wollte wie entschied dann Ping wie kann man ihn verbessern und ja was ist der Ping eigentlich Ping ist wie gesagt die Geschwindigkeit der Verbindung zu einem Server ähm und ja ich habe es jetzt versucht so einfach so einfach zu erklären und ich hoffe das ist gut so wenn es euch hier fern hat Leute und wenn ihr weiter oder mehr oder wieder sowas mal hören wollt über Ihren ein Thema ihr dürft gerne ein Thema in die Kommentare schreiben dann lasst mir doch einfach nur positive Wertungen da und dann sehen wir uns am Morgen wieder beim neuen Video ARD Text im Auftrag von Funk